Ich bin in einer Pizzeria in Palermo City. Ach komm. So komm. Ja, baum. Ja, du kannst gleich was essen. So, muss ich mal schauen. Jetzt ist voll. Dann ähm... Gestern wieder in ein anderes Dorf essen. So. Okay, sonst verhungerst du wieder. Ich bin Papstart. Dann gehst du zu dieser Armee. Tötest sie. Fläst halt deine freie Wille. Aber... ...aber du kannst nicht mehr so etwas machen. Ich werde jeden einzelnen, einzelnen Link verrichten. Ich müsste das jetzt noch kurz machen. So, was wollen wir noch machen? Noch eine Armee. Aber wir haben zu wenig Dorfbohnen. Ach komm. Wo haben wir denn die... Leute, die... Dann können wir mal ein paar Baumeister... Sprite machen. Sehr schön. Nicht das Ding angreifen. Hier. Und die Armee... ... wird zerstampft. Von den Wikingern. Nein! Das war meine Geburtsstadt! Ich werde nicht ruhen, ehe sie wieder den Wikingern gehört! Nein! So. Jetzt gehst du wieder zurück. Bauste! Weil meine Kreatur die beste ist. Ähm... 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 Naja... Greif dir mal diese Armee an. Die kommt auf euch zu. Ähm... Da. Ja, zu. Wo bist du? Die Griechen vernichten! Ah, da. Meine Krieger werden sie auslöschen. Noch eine Schlacht überleben sie nicht. Baby... Wie sollen die Azteken über diese gottlose Welt herrschen, solange es Griechen gibt? Was siehst du jetzt aus mit vollen Muskeln? Naja... Bisschen breiter Korb. Mega Stacheln. Höh... Bald wird es Krieg geben. Ja, was machst du jetzt? Du musst... Bauen. Kreatur baut Häuser. So eroberte sein reicher Stadtstatus. Zu bekehrten. Meine Krieger werden sie auslöschen. Noch eine Schlacht überleben sie nicht. Baue zehn Häuser in einem beindruckenden Gebiet. Das können wir wahrscheinlich nicht machen. Nein! Die Griechen haben meine Elite-Truppen besiegt. Du musst es einfach frei wählen. Jetzt muss ich hier beindruckendes Gebiet suchen. Wo sieht man das? Aha. Das sieht man. Am grünen... Und der grünen... Ding. Ganz grünen... Am Stern... Der muss ganz grün sein. Ich hoffe, das bleibt so beeindruckend. So. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen Holz. Die versorgen uns den Hintern, was? Ja, kann sein. So. Jetzt noch ein bisschen Erz. Aber seit wann baut man eigentlich Häuser mit Erz? Was? Ich dachte man baut sie aus Eisen. Wir haben die Stadt erobert. So. So viel. Wir haben nur zwei gebaut. Mist. Okay, lassen wir die aussehen. Wegen dem Tribut muss ich jetzt wirklich nicht so lange eine Mission machen. Bekehrter Gläubiger. Ich werde eigentlich alle Missionen machen, aber manche Missionen sind einfach unmöglich. Zum Beispiel später noch eine Mission, die schaffe ich einfach nicht. Also die habe ich früher nicht geschafft. Die habe ich nur zwei oder drei Mal versucht. Seitdem nicht mehr. Vielleicht schaffe ich sie ja jetzt. Aber das werde ich dann zeigen. Es gibt glaube ich noch eine Taktik. Also die wird wahrscheinlich schon leicht sein. Du kannst nicht gläubiger werden. Du bist zu alt. Du bist die. Ähm. Ich will... Ah, das sind alte Leute. Wir hassen die Griechen ebenso, wie unsere arztekischen Herren es tun. Da ist auch einer verreckt. Oma. Tja, jetzt haben wir wieder zu wenig Leute. Ah, her seid ihr schon. Kommt doch mal mit. So. Bekehrter Gläubiger. So. Bekehrter Gläubiger. So. Ich weiss nicht wie schnell ich ein Wunder bauen muss, damit ich weiterkomme. Aber ich hoffe ich merke es genug früh. Also ein Vulkan. Beim Gegner in der Nähe. Schon was cooles. Die Griechen wollen kämpfen. Meine Männer haben den Tod verdient. Sie kämpften nicht wie wahre Wikinger. Ja. Ich muss diese verdammten Eindringlinge aufhalten. Okay, ähm. Ja. Bekehrter Gläubiger müssen wir noch ein paar nehmen. Bekehrter Gläubiger. Ah, den hat einen Baumeister hier. Ah, der ist wieder zu alt. Oh je. Da muss ich halt die Damen verdonnern. Irgendwie steht mein Ding aus. Meine Siedlung. So. Die Männer gehen jetzt zu den Frauen. Und werden Brüter. Sonst haben wir dann vielleicht zu wenig Armeen. Bekehrter Brüter. Hol sie das Land ab. Ganz klar. Fortschritt 1.0.1. Das nehmen wir. Wie viel Tribut? 30.000. Ja klar. Und. Die Kreatur sammelt Nahrung. Das ist auch zu viel. Okay. Ja okay. Dann lassen wir halt das. Lassen wir den Rest. Ähm. Die Erfahrung der Ding sollte eigentlich noch gehen. Der Soldaten. Der Soldaten. Ja, aber komm. Ah, jetzt gehen die wieder weg. Hauen die wieder ab. So Kreatur. Du könntest eigentlich jetzt auch. Ach wo bist du jetzt schon wieder. Dort. Du könntest jetzt auch hier hingehen. So. Und. Ah, jetzt nehmen beide Armeen ein. Okay der. Die einen haben Stufe 2 erreicht. Dann wäre es doch gut wenn. Die eine Armee. Lieber. Ja. Das ist die richtige Flagge. Ähm. Eher. Diese angreift hier. Jagt sie. Auf sie mit Gebrüll. Die Archtecken wollen herrschen. Die Griechen müssen vernichtet werden. Du verlierst gerade. Hast du noch nicht gedacht. Du hast gedacht. Hä? Sie ist böse. Ich weiss nicht ob die Armee dann verliert oder so. Werden sie mal ein bisschen ablenken. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Okay sie gewinnen. Oder sie verlieren jetzt. Eins vor beiden. Die griechischen Krieger haben Kampfgeist. Oh overall. Ohohohohoh. Ohohohohoho. Bitte nicht. Hm. Wie es geschafft ist. Okay, dann lassen wir das halt mit der Erfahrung Ich habe doch gesagt, du musst das Tor angreifen Dann greif doch das Tor an Da kommst du nicht hin Ich mache dir hingehen Ich kaufe dir hingehen Das ist jetzt mit der Armee Die ist zum Sterben Aber Haltet das wahrscheinlich aus Und das zöhnt Wo sind meine besten Krieger? Macht euch bereit für die Schlacht Die Griechen rücken vor Wir müssen zurückschlagen So Kreatur Wo hat es denn noch ein paar Soldaten? Da ist die andere Kreatur Ich hoffe die Nein Die gewinnt nicht gegen diese Wenn sie auf den Ding ist Nimm doch mal eine Frau Hatte einen Mann Das ist ein Mann Und ist Groß und stark wirst Und greif sie an Du musst sie angreifen Was macht denn der? Ich habe doch gesagt angreifen Ja jetzt muss sie nicht mehr angreifen Wenn sie zu Leuten geht Sind die unbesiegbar? Nein Ich denke nicht Die haben nicht für viel Leben So Ihr Greift jetzt die Soldaten Hier an Was machst du? Ah du greifst meinen Baum an Die den Angriff der Azteken Überlebt haben Zertritschen Das ist das Ich mache sonst unsere Sagen Kaputt Ja okay Ist gut Buggy Spiel Ah Ich kann ihn nur da Abreden Okay Ist nicht Buggy Aber sehr Buggy So hier Battle Battle der Kreaturen Der Krieg der Kreaturen Ach komm Nein Du Affe Sehr gut Lasst uns nun unsere Armee vergrößern Sex Damage Sex Damage Sex Damage Sehr schön Und die Kreatur Von den Bösen Ist verletzt Okay Meine auch Aber Nicht so Ja Ja Der ist auch mal wieder Wie viel Leben hat der Ah jetzt ist er Dann Ha Finish Move Finishing Move So Jetzt gehst du mal ein bisschen Hier weiter hinten Sonst greifen die Bogenschützen an Ja noch ein Finishing Move Kannst du eigentlich auch Allen einnehmen Nein Also untersuch es Mal ein bisschen das Dinghaus Attackieren Und jetzt komm schon Eine Armee Bitte Ja Man sieht es Ach komm schon Ich will nicht Dass mein Volk ausstirbt Und die keinen Bock haben Zu ficken Ähm Wo haben wir eine Kaserne Das ist doch eine Kaserne Was ist denn das Wird wieder nicht angezeigt Was es ist Kinderkrippen Nein Das musst du nicht angreifen Du musst Das angreifen Hallo Möge unsere Armee Die Griechen Waffenklammer Halt doch am besten mal ab Oh Mann Die Armee ist klein Ach komm Du Ihr müsst nicht auf die Mauer Ihr müsst hinter die Mauer Meine zweite Geisterarmee Bekommen wir wahrscheinlich nicht Ne Leider nicht Ach egal So kannst du es nicht mal zerstören Musst schneller sein Da ist auch noch Oh Gott Das wird noch schwer Okay Dann kümmern wir uns mal Um das wohl Der Dorf wohne Ähm Nahrung Nahrung Bestimmt zu viele Geht's denen zu schlecht Oder was Oder muss ich eine Quinte Krippe Und alles mögliche Bauen Als Ausgleich Dann wäre das Als ein Dann wäre das Okay Dann Kinderkrippe Und Fruchtbarkeitsstatue Bei was Ach Greifen die schon wieder Irgendwas an Ach Hau ab Bild Ich muss schauen Ich muss schauen Kann ich die Nicht Ach Komm Ich hab doch gesagt Ihr da Ihr da Ach komm Irgendwie ist die Bedienung völlig Für den Arsch Ja Das will ich Ja Das ist die Zweite Armee Ich will die Erste Armee Es ist mir Scheiß egal Ah hier Dann bleibt ihr hier Dann kommt ihr Und vereinigt euch mit denen Und ihr Vereinigt euch mit denen Nein Nicht bewegen Ah Oh Ach Hime Ah